Es ist manchmal auch okay, ein bisschen mehr zu geben und wenn ihr die richtigen Leute um euch habt, dann bekommt ihr das zurück. Aber manchmal sollte man vielleicht nicht mehr geben als 100 Prozent. Weil es nicht geht. Weil es nicht geht. Weil jeder Grenzen hat. Also ich würde auch gerne noch mehr geben für andere, aber irgendwann bist du halt am Limit. So und es spricht nichts dagegen, mehr als 100 Prozent zu geben, vor allen Dingen, wenn man geilen Scheiß macht. Töne Töne Töne